Keine Rente ohne gültigen Personalausweis, Reichsbürger verliert vor Gericht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich berichte heute in diesem Video über ein Klageverfahren oder einstweiliges Verfügungsverfahren, welches durch Beschluss des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg am 15. November 2023 ein Ende gefunden hat. Und zwar hat dort, ich zeige es Ihnen mal ganz kurz, ein Reichsbürger die Rentenzahlung in bar haben wollen und zwar ohne Personalausweis. Und er hat, der 65-Jährige hat sich als Staatsangehöriger des Freistaates Preußen angesehen und ohne gültige Papiere wollte er seine Rente bar ausgezahlt haben. Er konnte sich aber damit nicht durchsetzen. Ich steige jetzt noch mal ganz kurz in die Pressemitteilung des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg ein. Ja, wir sehen es hier oben. Und zwar hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg mit Beschluss vom 15. November 2023 dem Begehren des Rentners im Wege des gerichtlichen Eilrechtsschutzes seine Barauszahlung, kostenfreie Barauszahlung seiner Altersrente durchsetzen zu lassen, einen Schlussstrich gezogen. Der 65-Jährige vertrat die Auffassung als Staatsangehöriger des Freistaates Preußen, sei er kein Deutscher im Sinne des Grundgesetzes. Er verfügt keine in der Bundesrepublik gültigen, also er verfügt über keinen gültigen Personalausweis und kein Bankkonto. Und von einer administrativen Regierung Freistaat Preußen hatte sich der Rentner ein Schriftstück mit der Bezeichnung Staatsangehörigkeitsausweis zur Benutzung im Inland ausstellen. Er hat das erhalten und bei einer Sparkasse hat er erfolglos versucht, hier ein entsprechendes Konto einrichten zu lassen. Und er wollte dann von der Deutschen Rentenversicherung die Rente in bar ausgezahlt haben. Diese war lediglich zu einer Zahlungsanweisung zur Verrechnung bereit, wollte für jede Zahlung anfallende Kosten von 9 Euro von der monatlichen Rente einbehalten, meine Damen und Herren. Ja, und dann hat sich der Rentner an das Sozialgericht Cottbus gewandt und beantragte dort den gerichtlichen Eilrechtsschutz. Das Sozialgericht Cottbus hat den Antrag auf einstweilige Anordnung abgelehnt. Und diese Rechtsprechung, diese Entscheidung ist vom 22. Senats des Landessozialgerichts mit eben genannten Schluss vom 15. November 2023 bestätigt worden. Es gibt für den Rentner keinerlei Rechtsgrundlage für die Barauszahlung der Rente, wenn er in Deutschland keine gültigen Papiere hat. Die Deutsche Rentenversicherung ist nicht verpflichtet, Renten voraussetzungslos in bar auszuzahlen oder Zahlungsanweisungen zur Verrechnung einzulösen. Rentenleistungen sind, so sagt es das Landessozialgericht der 22. Senat, personengebundene Ansprüche. Ja, wir haben das hier in der Entscheidung. Deshalb sei es nicht zu beanstanden, wenn die Identität des Zahlungsempfängers anhand eines gültigen Ausweispapiers tatsächlich geprüft werden muss. Eilbedürftig sei die Sache ebenfalls nicht. Der Rentner habe es selbst in der Hand durch Vorlage eines gültigen Personalausweises kurzfristig für die Wiederaufnahme der Zahlungen zu sorgen. Meine Damen und Herren, das ist eine Entscheidung des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg zur Frage, ob mit einem Reichsbürgerausweis Anspruch auf Zahlung einer gesetzlichen Rente besteht. Und das hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg aus meiner Sicht zu Recht abgewiesen. Ja, meine Damen und Herren, Sie können sich gerne die Entscheidung nochmal durchlesen. Ich werde Sie in einem Link mit in die entsprechende Beschreibung für das Video mit reinnehmen. Und dann können Sie sich das alles nochmal in Ruhe durchlesen. Ich finde, eine interessante Entscheidung, ich würde jetzt nicht sagen kuriose Entscheidung, aber doch eine sehr interessante Rechtsentscheidung durch das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020